Willkommen hier bei uns bei BILDNER TV. In einer Notfall-Situation braucht man vor allem eins, sehr, sehr schnell, Hilfe. Wie ihr mit Hilfe von eurem Smartphone, in unserem Fall heute mit einem iPhone, schnell Hilfe holen könnt und vor allem wie ihr die Rettungskräfte dann mit den wichtigsten Informationen auch dank eures iPhones versorgen könnt, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Es geht nämlich um den sogenannten Notfallpass bei euch auf dem iPhone. Hallo, ich bin der Thomas. Willkommen hier bei uns bei BILDNER TV. Wir sind euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Wie kann euer Smartphone, in unserem Fall heute, euer iPhone wirklich zu einem guten Helfer sein in gefährlichen Situationen? Also wenn wir schnell Hilfe brauchen oder wenn dann eben Sanitäter kommen, die uns helfen wollen, wie können wir die versorgen mit Informationen, wenn wir zum Beispiel bestimmte Medikamente brauchen? Dazu richten wir jetzt gleich unseren sogenannten Notfallpass bei unserem iPhone an oder ein und vor allem möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen und wiederholen, wie das geht, dass ich schnell einen Notruf absetzen kann. Und zwar geht das relativ einfach. Dazu tippt ihr bei euch am Smartphone auf der rechten Taste fünfmal hintereinander und schon landet ihr quasi im Notfallmodus. Das heißt, ihr könnt hier, indem ihr über den Schieberegler streicht, einen Notruf absetzen. Das ist Methode eins. Es gibt auch noch eine zweite Methode und zwar, wenn ihr die rechte Taste und die linke untere Taste gleichzeitig länger gedrückt haltet, dann landet ihr auch quasi im Notfallbereich und auch hier könnt ihr einen Notruf absetzen. Also diese Gesten solltet ihr oder diese Tastenfunktionen solltet ihr auf alle Fälle für euch wissen. Ihr könnt jetzt den Notfallpass noch einrichten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dazu gehen wir jetzt hier bei uns auf das Smartphone und gehen hier in die Einstellungen. In den Einstellungen sehen wir hier den Menüpunkt Hilfe in Notfällen erhalten. Den wählen wir aus oder, falls es bei euch nicht angezeigt wird, geht ihr bitte in die Suchfunktion. Und in der Suche gebe ich jetzt ein Notfallpass. Und hier brauchen wir die sogenannte Health-App. Die findet ihr hier mit dem Herz-Symbol. Und hier in der Health-App haben wir die Auswahlmöglichkeit Notfallpass. Das wählen wir wiederum aus. Und hier können wir eben auch den Notfallpass erstellen. Wie ihr seht, sind bei mir jetzt in der Health-App oder im Notfallpass einige Daten hinterlegt, weil ich nämlich die Gesundheits-App von Apple schon auch privat nutze, für Training zum Beispiel. Also wird bei euch noch nicht zu sein, dass zum Beispiel euer Geburtsdatum mitzusehen ist. Aber hier können wir eben sämtliche Daten von uns jetzt angeben. Also der Name natürlich, dann könnten wir hier in diesem Fall auch noch ein Foto hochladen. Ihr könnt hier euer Geburtsdatum eingeben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, hier dann weitere Infos zu eurem Gesundheitsstatus zu hinterlegen. Also zum Beispiel, welche Erkrankungen bei euch vorliegen. Ist natürlich wichtig für die entsprechenden Rettungskräfte, damit die Bescheid wissen. Welche medizinischen Aufzeichnungen gibt es? Also wenn ich hier zum Beispiel anwähle das Ganze, könnte ich hier Informationen mit angeben. Dann kann ich hier natürlich auch auswählen, Allergien und Unverträglichkeiten könnte ich hier mit hineingeben, die Daten. Dann welche Medikamente ich nehme, ganz besonders wichtig in einem Notfall. Und wenn ich jetzt hier weiter schaue, könnte ich hier eingeben, die Blutgruppe. Oder eben auch hier mit angeben, ob ich zum Beispiel Organspender bin. Auch hier gibt es die Möglichkeit, ja, nein oder eben keine Angaben. Ich nehme jetzt einfach mal Ja dazu. Ich kann hier mein Gewicht eingeben, die Größe, meine Primärsprache. Also wie sollen die Rettungskräfte mit mir kommunizieren? Wenn es nicht Deutsch ist, vielleicht dann Englisch noch mit angeben zum Beispiel. Und hier ganz besonders wichtig, die sogenannten Notfallkontakte. Wenn ich die hier auswähle, dann lande ich in meiner Übersicht meiner Kontakte und kann dann bestimmen, welche Person soll informiert werden in einem Notfall. Ich habe hier schon jemanden ausgewählt und bestätige jetzt nur noch kurz. Und jetzt kann ich noch mit angeben, in welcher Beziehung stehe ich zu dieser Person. Ich wähle jetzt hier aus Freundin. Und hier sehen wir wiederum, dass ich hier noch weitere Notfallkontakte über das Pluszeichen hinzufügen kann. Wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, lande ich bei Zugriff im Notfall. Und hier ist zum Beispiel bei mir bereits über den Schieberegler aktiviert, dass ich in den Notfallpass auch über den Sperrbildschirm gelange. Schauen wir uns dann später an. Außerdem hier noch eine wichtige Funktion. Seht ihr hier, während eines Notrufs teilen. Das heißt, wenn ich die hier aktiviere, passiert Folgendes. Wenn ich einen Notruf absetze, werden die Daten aus dem Notfallpass bereits an die Rettungskräfte weitergegeben. Wenn ihr das wollt, müsst ihr den Schieberegler hier auf grün stellen. Wir gehen wieder auf Weiter, auf die nächste Seite hier bei uns im Notfallpass. Hier finden wir dann nochmal eine Übersicht über alle Informationen. Und ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, wenn ihr hier auf Bearbeiten zum Beispiel geht, nochmal Infos im Notfallpass wieder abzuändern. Soweit sind wir dann fertig mit dem Notfallpass. Wir können hier wieder rausgehen aus dieser App. Und jetzt schauen wir uns die Möglichkeiten dazu an. Aber vorher möchte ich von euch noch wissen, werdet ihr diesen Notfallpass bei euch am iPhone einrichten. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir am besten unter dieses Video gleich als Kommentar. Und ihr wisst, mit jedem Kommentar, den ihr bei uns und deinem Video da lasst, nehmt ihr teil. Und zwar an unserem Gewinnspiel. Jede Woche könnt ihr da ein Buch aus dem Bildner Verlagsprogramm gewinnen. Und wenn ihr ein iPhone habt und unbedingt noch mehr aus dem aktuellen Betriebssystem iOS 17 rausholen wollt, dann schaut euch unser Buch dazu an. Auf bildnerverlag.de findet ihr das Buch Apple iPhone mit iOS 17 für Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Das heißt, ihr landet ganz schnell in der Welt von eurem iPhone und könnt richtig loslegen. Generell, wenn ihr euch umschaut bei uns im Shop auf bildnerverlag.de und dort einkaufen geht, könnt ihr uns sehr stark unterstützen hier mit uns mit Bildner TV, damit es auch in Zukunft viele neue Videos gibt aus der digitalen Welt mit vielen praktischen Tipps. Jetzt aber zum Schluss möchte ich euch zeigen, wie können wir diesen Notfallpass dann auch schnell aufrufen. Ihr findet ihn ja zum einen über die Health-App oder über die Einstellungen beispielsweise, wie wir schon gesehen haben. Aber im Notfall muss es ja schnell gehen. Das heißt, was passiert jetzt zum Beispiel? Ich sperre mal kurz den Bildschirm hier bei mir am iPhone. Wenn Rettungskräfte kommen und sehen, ich habe ein iPhone, die können wirklich mit dem gedrückt halten auf der rechten und linken Taste gleichzeitig über längeren Zeitraum direkt hier in den Notfallbereich kommen und den Notfallpass aufrufen. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Wenn die Rechnungskräfte jetzt hier über Notfallpass streichen, erhalten sie sämtliche Informationen, die wir vorhin im Notfallpass hinterlegt haben. Das ist die eine Möglichkeit natürlich. Und nach wie vor gilt, wenn ihr auf der rechten Taste fünfmal hintereinander drückt, auch dann landet ihr wieder im Notfallbereich. Und jetzt sehen wir hier, wie vorhin auch, dass der Notfallpass mit angezeigt wird, nachdem wir den eingerichtet haben. Am Anfang war er nicht zu sehen. Jetzt ist er eben auch hier aufzurufen, indem ich über den Schieberegler gehe. Ganz wichtig noch für euch, ihr könnt noch eine weitere, und das ist mein Tipp zum Schluss, eine weitere Funktion einstellen bei euch am iPhone. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel fünfmal auf der rechten Seite bei euch am Handy drückt, dann landet ihr zum einen in diesem Notfallbereich und ihr könnt aktivieren, dass dann automatisch nach einem kurzen Countdown Rettungskräfte alarmiert werden. Also, dass ihr nicht erst noch auf SOS Notruf absetzen gehen müsst, sondern dass automatisch ein Notruf gestartet wird. Das könnt ihr einstellen. Und zwar geht er dazu bei euch am iPhone. In die Einstellungen gebt in der Suche, ich zeige euch das nochmal, oben bei den Einstellungen in der Suche gebt ihr Notfall. Einfach Notfall mit ein, landet dann hier bei den Notfallkontakten und hier bei den Notfallkontakten könnt ihr im oberen Bereich auswählen, durch fünfmaliges Drücken der Taste anrufen. Das heißt, ihr landet nicht mehr nur im Notfallmodus, in dem ihr per Hand quasi den Notruf absetzen könnt, sondern es wird automatisch gestartet. Wenn ich das hier aktiviere, dann steht hier mit dabei, wenn du die Seitentaste schnell fünfmal drückst, wird ein Countdown gestartet und ein Warnton ertönt. Sobald der Countdown beendet ist, ruft das iPhone automatisch den Rettungsdienst an. Findet ihr bei den Einstellungen unter Notruf SOS. Wenn ihr das so haben wollt, dann aktiviert das Ganze am besten sofort. Und diese neue Einstellung probieren wir jetzt noch gemeinsam aus. Also ich drücke jetzt nochmal fünfmal auf der rechten Taste. Und hier läuft der Countdown, den ich dann hier über das Stop-Symbol beenden kann. Da muss man schnell reagieren, wenn es sich eben nicht um einen Notfall handelt, sondern wenn man aus Versehen zum Beispiel auf die Funktion geraten ist. Aber ihr seht, das kann echt euch helfen und weiterbringen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Einrichten. Was heißt Spaß? Sammelt eure wichtigsten Informationen und gebt sie ein bei einem Notfallpass. Und wir haben noch ein weiteres Video für euch zum iPhone und der iOS 17. Und zwar, wie ihr die wichtigsten Gesten beherrscht und die wichtigsten Tastenfunktionen. All das habe ich euch in diesem Video hier zusammengefasst. Drauf klicken, dann geht es gleich weiter. Drauf klicken, dann geht es gleich weiter. god Untertitelung des ZDF, 2020